Das Ding und das Werk Was ist in Wahrheit das Ding, sofern es ein Ding ist? Wenn wir so fragen, wollen wir das Ding sein, die Dingheit des Dings kennenlernen. Es gilt das Dinghafte des Dings zu erfahren. Dazu müssen wir den Umkreis kennen. In dem all jenes Seiende gehört, das wir seit langem mit dem Namen Ding ansprechen. Ich ist ein...